jo leute und damit willkommen zurück zu minecraft materialy energy mit dem flash mit centus dem verrückten nachdem wir eigentlich gestern schon so viel aufgenommen hatten naja 4,5 stunden machen wir heute weiter weil wir so langsam zum ende kommen wollen gestern oder mitten in der nacht haben wir noch ein bisschen was fertig gemacht und ich habe die deep duck dimension jetzt fertig gemacht das ist ja voll einfach hätte ich auf ende aufnahme machen ja hättest du vielleicht hat hier noch einiges fertig gemacht gehabt ja mit dem polygon was ich hier in hand habe das kann ich hier aber noch polygon das habe ich jetzt hier am kreiseln und das wollten wir jetzt noch zu ende machen bitting to alone hat er fertig gemacht helium hasse ich habe schaden bekommen ja bitting to alone und helium ist fertig nightmare diskette ja genau eine nightmare diskette dann war ich noch in der deep duck der menschen da ist natürlich wieder alles voller gast hätte das gedacht ja das ist aber das ist aber ausgestattet und hat mir da was geholt da ist ein loch und ganz unten sind ist ein ganzer stack diamanten genau ich habe hier gestern noch hier beziehung heute morgen hier noch was hingebaut und statt barrels und kisten habe ich jetzt einfach ein tessersack angeschlossen dass jetzt die ganzen monster sachen hier oben hinkommen adventure backpack ein raum dafür strom angelegt was ich kleiner machen werde und ich wollte mir eben an die du hast auch eine hat nightmare diskette mag ich sie für hier oben oder für hier für unten und dann für unten steht das doch sieht man warum warum man das sieht ich guck mal was stehen bleibt bleibt der tesswerk stehen oder bleibt sogar stehen ja das bleibt auch stehen weil ich das schon magel sein dann machen wir die nightmare rein hey ich dachte du machst das ich stehe doch hier du hast sie doch dass sie reingetan ich habe meine runden hingetan jetzt habe ich hier reingetan ja weit mehr okay wir werden auf jeden fall ja wir haben beschlossen ich glaube das ist zentus dem recht auch wir gehen jetzt einfach alles ohne monster durch na oder willst du mit generell so durch es ist ein bisschen durch das war schon wieder an die halt machen ja ich kann mich gut falsch ich kann mir gerade vorstellen was da kommt und zwar das end das ist ja weil hier die monster spawnen aber was ist das denn da unten genau da da springe ich nämlich nicht runter viel spaß spring spring das glas spring spring äh fackeln müssen wir das aufmachen nein das ist denn da unten eigentlich wenn sie das unten ist gibt bestimmt irgendwo einen gang oder so oder wir haben die welt ist kein gang geben lasst das doch mal stehen ja glaubt wir müssen das ob sie den glas abbauen das soll eine falle sein warte ich nehme auf ein geht er ist da und okay es bleibt sogar heile jetzt noch ein in unter dir oder was nicht unter mir warte mal okay komm mit hier ist ein monsterspawner unter unten ein curse special zombies verschwindet auf sie den glas soll dahinter ist doch irgendwas ja hier ist ein ender chor ne warte weg blackout keine ahnung was kommen wir da nicht durch toll warte mal oh hier ist noch mehr auf sie den glas hier ist ein raum ich würde mich einfach ganz normal hier durch wey im kreis gerannt okay sind ganz ganz viel hier ist im raum da kannst du überall lang laufen zombies ist voll wie ein labyrinth sie den glas okay ja das scheint ein labyrinth zu sein aber war falsch gedrückt lol was machst du hier war das schon oder wat ja weg da hau ab also wenn wir rechts gehen ja ok hier war ich schon hier gehts doch nix wo raus also man buddelt sich nach oben hmm klar geht das so da wo die erde ist ja bei dir jetzt ich buddel mich einfach hier durch die wände ich mach da so ne alter team nicht mit ner spitzhöcke das oh da ist bad walk okay was ist das was hab ich da gefunden weiß ich nicht ok jetzt händes hat irgendwas gefunden ab hinterher hat er mal ein team blöcke lol 1 2 3 4 5 6 7 8 hm hm 4 4 4 5 5 5 5 5 6 5 5 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 12 12 15 15 14 15 ach es wollen monstern okay ich bin in dem einen raum ist das okay mobs an hier singen und gast ist irgendwo gast auch mal zu spawner also jetzt ein gang dahin gefunden oder sie durchgebuddelt in diesen komischen torm rein der da war reingekommen durch die wand da war ich auch schon wenn sie in der kursung zu sporn die wir noch brauchen wir hätten uns reingraben müssen irgendwo ist das meine hier hat doch schon alles gelootet das ganze ausstellen hier ist die rote wolle habe sie gewonnen und hier ist ein radium blöcke ach die dinge gehen ja voll leicht kaputt man muss das ding auseinander nehmen ich glaube wir hätten hier durchgehen müssen irgendwo das meine ich ja deswegen hatte ich ja aber wie kannst du bedrock denn kaputt machen entweder das ist ja klar ist über bedrock zwischen mir das ist doch bedrock manche stellen da kann man ja durch das ist das glas ding ja ja weil sie ist doch da meinst du jetzt wo ich daraus stehe mir gibt es auch stellen die du abbauen kannst ich guck mir das jetzt an ja mach mal kaputt kannst du abbauen ja und da drunter ist bedrock wette ich mit dir drum siehst du ja aber warte mal da ist der gast siehst du ihn hä wo ist der ich meine keine ahnung das ist gerade vor mir ach da wie konnte der denn noch leben ich weiß nicht manchmal geht das aber hier gibt es ja keinen richtigen gang und das wäre der eins ist ja dann fällst du mit wasser hier runter gut denn das war jetzt was wir haben bis jetzt mit wasser unter den spawner rein ja dann hast du angels bot das heißt glaubt du hast du noch nicht mal falsch schaden richtig nach doch glaubt ja okay ich riskiere es dass wir mal vormagnet ausscheiden passiert nichts hatte ich habe keinen bock geronimo ist so dann wärst du bestimmt jetzt hier bestimmt einfach durchgaben ist und jetzt dass wir kämpfen ist ja aber dann dann wärst du hier an die gänge gekommen tipp ich mal da der da war dass der hier nicht weiterkommt ist da was hintergewitter ich habe jetzt kein kräfte da hätte sich für hierdurch können ok